Ja, nun die letzten Schritte. Wir gehen in unser Pseudo-Archiv und versuchen diesen Klick wieder nach vorne zu holen. Schön archiviert, ein bisschen klebrig natürlich, aber wir schaffen das schon. Jawohl, und hier ist er. Schöne Clip, hier sieht man ihn auf dem gelben Punkt noch ein bisschen besser. Wegnehmen, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt geht es darum, diesen Clip wieder einzusetzen. Was brauchen wir dazu? Ich persönlich nehme einen kleinen Schraubezieher und eine Pinzette. Eine Pinzette, damit man das Ding überhaupt bewegen kann. Das geht mit einer Sorgenpinzette oder auch mit einer viel, viel einfacheren Pinzette, die ich wohl habe. Finden sollte man sie noch in meinem Gemüse da. Ich finde sie nicht. Also, Pinzette auflegen, anschieben und schlicht und einfach mit dem Schraubenzieher einschieben. Braucht ein bisschen Geduld, aber es geht gut. So. Ja. Ist ja ein neuer, geht also schon ein bisschen härter. So. Damit ist dieser Ring wieder eingesetzt und der Motor ist fertig. Neu belagert, neue Lagerstellen, neue Kugellager eingesetzt. Zeitaufwand in etwa, je nach Schwierigkeit mit dem letzten Sägerring, etwa 15 bis 20 Minuten. Halt forgive mich jetzt, werfen Sie diesenlingen? Mannen Begräber 0,185 sind. Dann등's habe ich nur noch eine Basis đang dépreating. T kali Technik.